Das Königreich Bahrain, Bahia'in, ist ein aus 33 Inseln bestehender Staat in einer Bucht im persischen Golf. Östlich von Saudi-Arabien und westlich von Katar. Mit einer Fläche von rund 750 Quadratkilometer ist der Archipel etwas kleiner als das Hamburger Stadtgebiet. Der Name Al-Bahrain bedeutet im Arabischen die zwei Meere. Geografie Lage die Hauptinsel Bahrain hat eine längliche Form von 48 x 16 Kilometer. Sie ist ein 30 bis 60 Meter hohes Kalkplateau und überwiegend von Sanddünen bedeckt. Die Insel ist seit 1986 über eine 25 Kilometer lange Brücke, den Kingfad Cosway, mit Saudi-Arabien verbunden. Im Zentrum erhebt sich der Jabal-et-Duch an. Im Süden und Südwesten erstrecken sich Sandflächen und Salzsümpfe. Nur der nördliche Küstenbereich ist durch athesische Brunnen und Karstquellen landwirtschaftlich nutzbar. Weitere große Inseln sind Al-Moharak, Sitra, Amwaj, Hawa und U.M.M. Nazan. Sie sind meist felsig und ragen kaum über den Meeresspiegel hinaus. Die Hauptstadt Manama liegt im Nordosten mit etwa 158.000 Einwohnern. Im Osten liegt der Tiefseehafen Minasalman, der sowohl von den Streitkräften Bar 1 als auch von Kreuzfahrtschiffen angelaufen wird. In vielen Teilen Bar 1 wurden seit Anfang des 21. Jahrhunderts umfangreiche Landaufschüttungen begonnen. Die Gesamtfläche aller vorgelagerten Inseln, Halbinseln, neuer Buchten USW, beläuft sich inzwischen auf rund 30 Quadratkilometer, von denen erst ein geringer Teil bebaut wurde. Ziel ist es analog den künstlichen Flächen in Dubai und Abu Dhabi, Wasser umspülte Parzellen zu gewinnen, um sie zu bebauen. Aufgrund der Immobilienkrise von 2009 stehen mittlerweile viele Bauvorhaben still, wie Z.B., die drei Twisted Towers Basif oder die Elfmariner Westhochhäuser in Budaya. Die Hochhäuser stehen im Rohbau. Viele, auch westliche Investoren, verloren ihr Geld. Bahrain hat feuchtwarmes subtropisches Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit. Überwiegend weht ein feuchtheißer Wind aus Nordwesten, mitunter auch trockenheißer Südwind aus der Wüste Rab al-Challi. Die Monatsmitteltemperaturen liegen zwischen 17 Grad Celsius und 33,5 Grad Celsius, die Niederschläge betragen nur 70 Millimeter. Auf der Hauptinsel herrscht es auf die landwirtschaftliche Zone Wüstenvegetation vor. Die artenarme Tierwelt besteht hauptsächlich aus echten Eidechsen, Wüstenspringmäusen und Mangusten. Gazellen und Hasen sind nahezu ausgerottet. Bahrain hat die Konvention zur Erhaltung der biologischen Vielfalt unterschrieben. Der All-Ari-Wild-Life-Park-and-Reserve dient dem Schutz verschiedener Tiergruppen und konnte eine erfolgreiche Wiederansiedlung von gefährdeten Antilopenarten, wie der Kopfgazelle erreichen. Bahrains Waldfläche weist weltweit den größten prozentualen Zuwachs auf, und zwar um 14,9 Prozent zwischen 1990 und 2000. Berühmt ist der als Naturwunder geltende Schad Scharat Al-Hayar, ein jahrhundertealter großer Baum in der Wüste. Bahrain unterschrieb 1996 die Konvention zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, jedoch nicht das Nagoya-Protokoll, das den gerechten Vorteilausgleich von reichen und armen Staaten in Sachen Naturschutz regelt. Bevölkerung Von den 1.253.191 Einwohnern des Inselstaates sind 614.830 Ansässige und 638.361 zugewanderte Ausländer. Laut LMRA waren am 15. März 2012 371.183 Ausländer in Beschäftigungsverhältnissen. Inder führen mit 192.500 Menschen, gefolgt von 71.915 Bangladeschern, 32.443 Pakistanern, 21.661 Philippinern, 16.294 Nepalesen, 6.470 Ägyptern und 5.254 Ceylonesen. Zusätzlich sind auch Bidun, staatenlose Menschen arabischer Herkunft, zu finden. Der Bidun-Status wird vererbt und hat erhebliche soziale Diskriminierung zur Folge. Im privaten Sektor waren 351.314 Ausländer, 329.165 Männer und 22.149 Frauen beschäftigt. Im ersten Quartal 2011 waren noch 453.661 Ausländer in Bahrain beschäftigt. Die ausländischen Arbeitnehmer hatten 82.000 Abhängige, 33.801 Ehegatten und 49.026 Kinder. 27,5% der Bahreiner waren 2004 unter 15 Jahre alt. Das Bevölkerungswachstum lag zwischen 1994 und 2004 im Durchschnitt bei 2,4%. Die Lebenserwartung 2004 bei 75 Jahren und der Anteil der städtischen Bevölkerung im selben Jahr bei 90%. Die größten Städte Bahreins sind Manama, Arifa, Al-Khavi, Al-Moharak, Madinat Hamid, Aali, Sitra, Madinat Isa, Al-Buddha, Jidhafs, Al-Malikia und Al-Hit. Amtssprache ist Arabisch, während Englisch als Bildungs- und Handelssprache weit verbreitet ist. Weitere Sprachen sind Persisch und Urdu. Der Islam, dem 70,2% der Gesamtbevölkerung angehören, ist Staatsreligion. Der größte Teil der bahrainischen Staatsangehörigen ist anders als in den benachbarten arabischen Staaten. Jedoch ebenso wie in der benachbarten saudischen Ostprovinz As-Shaqiyya, Schiitisch. Die Volkszählung 2001 ergab einen Anteil von 9% Christen an der Gesamtbevölkerung und 9,8% Anhänger sonstiger Glaubensrichtungen. Vor allem des Hinduismus. Bei der Volkszählung 2011 wurde lediglich der Anteil der Nicht-Muslime erhoben, ohne zwischen einzelnen nicht-islamischen Religionen zu unterscheiden. In Bahrain lebt noch eine kleine Gemeinde von ca. 30 Juden und es ist das einzige arabische Land am Persischen Golf mit einer Synagoge für die jüdische Gemeinde. Geschichte Bahrain wurde bereits in prehistorischer Zeit besiedelt. Unter dem Namen Dämon existierte im 3. Jahrtausend v. CHR eine blühende Kultur, die aus sumerischen Texten bekannt ist und auf dem Gebiet des heutigen Bahrain vermutet wird. Damals entstand die Stadt Kaled-al-Bahrain. Um 2000 v. CHR verliefen hier die Handelswege der Sumerer und Babylonier nach Indien. Zeitweise stand die Insel unter kassitischer Herrschaft. Ein kassitischer Stadthalter ist aus Briefen bekannt. Um 650 v. CHR eroberten die Assyrer das Land und im 4. J. gliederte es das Sassanidenreich unter Shapur II. in das Persische Reich ein. Damit verbunden war eine starke persische Einwanderung. Im Jahr 324 v. CHR als Alexander der Große mit seinem Herr vom Indus zurückkehrte, landete sein Admiral Androstenes auf Bahrain. In seinem Werk Pi Alpha Ro Alpha Pi Lambda Omikron Y Sigma Tau Sigma Iota Nü Delta Iota Kappa Sigma beschreibt er die Insel Thylos und deren Bewohner. Die Insel dürfte Teil des Seelöquidenreichs geworden sein und war ab circa 130 v. CHR Teil der Karaken einer Provinz des Paterreiches. Mit dem Untergang des Pathischen Reiches wurde Thylos Teil des Sassanidenreiches. 630 in CHR wurde die Insel von den Arabern erobert. Der Islam wurde die vorherrschende Religion. Vom 8. J. anübten Bagdad und Damaskus. Vom 13. J. wieder die Perser die Kontrolle über das Land aus bis es 1515 portugiesisch wurde. Im 17. und 18. J. kam Bahrain erneut unter persische Oberhoheit, wurde jedoch 1783 unter der arabischen Dynastie Al-Scholifa selbstständig. Zwar geriet es 1820 durch einen Schutzvertrag mit der britischen Ostindien-Kompanie wieder in Abhängigkeit, jedoch gaben die Briten dem Land innere Autonomie und Schutz vor persischen und osmanischen Angriffen. Seit 1867 war Bahrain britisches Protektorat. Im Jahre 1932 begann die BAPCU mit der Erdölförderung und brachte den Herrschern des Landes immensen Wohlstand. Bahrain wurde außerdem einer der wichtigsten militärischen Stützpunkte des Vereinigten Königreiches im Nahen Osten. Scheich Isar bin Salman Al-Scholifa erklärte am 14. August 1971 die Unabhängigkeit. Er schloss einen Tag später einen Freundschaftsvertrag mit Großbritannien und erklärte sich zum Emir. Seit 1971 befindet sich auf Bahrain ein US-amerikanischer Luft- und Flottenstützpunkt. Iran hatte bis weit ins 20. J. hinein Ansprüche auf Bahrain erhoben und sich dabei auf die einstige persische Herrschaft berufen. Erst im Januar 1970 erkannte das von Shah Mohammed Reza Pahlavi regierte Land die Souveränität des Landes an. Im Februar 1979 wurde diese Vereinbarung wieder rückgängig gemacht. Seitdem erhebt Iran erneut Ansprüche auf das Land, dessen Bevölkerung mehrheitlich schiitisch ist. 1973 erhielt Bahrain eine Verfassung und es wurden Parlamentswahlen abgehalten. 1975 wurde die Verfassung ausgesetzt, das Parlament aufgelöst und die absolute Monarchie des Scholifa-Clans proklamiert. Erst 1993 wurde wieder eine Ratsversammlung eingesetzt. Im Dezember 1998 flogen US-amerikanische Bomberflugzeuge vom Typ B-1 vom Scheich Isar Luftwaffenstützpunkt Luftangriffe gegen den Irak. Im März 1999 starb Emir Scheich Isar, woraufhin sein Sohn Scheich Hamid bin Isar Al-Scholifa die Regierungsgeschäfte übernahm. Am 14. 15. Februar 2001 erfolgte ein Referendum über die sogenannte National Action Charter. Ein Jahr später, am 14. Februar 2002 verkündete der Emir eine neue Verfassung, die unter anderem die Umwandlung in ein Königreich, vor allem aber eine Wiedereinsetzung des seit 1975 nicht mehr einberufenen Parlaments, allerdings in einer modifizierten Ausgestaltung, vorsah. Seit den Unruhen in der arabischen Welt, die in Tunesien begonnen hatten, treten seit Februar 2011 auch in Bahrain massive Bürgerproteste gegen die Regierung auf. Dabei gab es mehrere Tote. Die Hintergründe und die Situation im Lande unterscheiden sich jedoch von denen in den betroffenen Ländern Nordafrikas wesentlich. In den Protesten vom März 2011 demonstrierte die schiitische Opposition gegen die sunnitische Regierung. Diese ersuchte Saudi-Arabien um Hilfe, das etwa 1.000 Soldaten und 500 Polizisten entsandte. Der Iran protestierte Schafe dagegen. Politisches System Gemäß der Verfassung, zuletzt geändert 2012, ist Bahrain eine konstitutionelle Monarchie. Der Islam ist Staatsreligion. Der König ernennt und entlässt die Regierung und hat darüber hinaus das Recht, das Abgeordnetenhaus aufzulösen und neue Wahlen auszuschreiben. Alle Bahreiner im Alter ab 18 Jahren sind wahlberechtigt. 2011 und 2012 wird von Menschenrechtsverletzungen seitens der Regierung und Protesten dagegen berichtet. Das Parlament unterteilt sich in ein Abgeordnetenhaus, dessen 40 Mitglieder alle vier Jahre gewählt werden und eine Ratsversammlung, deren ebenfalls 40 Mitglieder vom König ernannt werden. Laut Verfassung ist die Scharia eine der Hauptquellen der Gesetzgebung. Die Rechtsprechung ist unabhängig. Hindus und Christen unterliegen einer modifizierten britischen Rechtsprechung. Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus vom 24. und 31. Oktober 2002 errang die Liste islamischer Gemeinschaften 19 unabhängige Kandidaten 18 und liberale drei Sitze. Bei den Parlamentswahlen am 25. November 2006 zog erstmals mit Latifa Al-Quaude eine Frau als Abgeordnete in das Parlament ein. Am 23. Oktober 2010 gab es Parlamentswahlen. Bahrein hat die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen unterschrieben. Dennoch kommt es laut Menschenrechtsorganisationen zu systematischen Verstößen vor allem der Rechte von Kindern und Frauen. Allerdings kommt es vermehrt zu willkürlichen Übergriffen auf die Zivilbevölkerung, die zum Großteil aus schiitischen Moslems besteht. Diese werden diskriminiert und Menschenrechte werden gebrochen. Demonstrationen wurden in den Jahren 2011 und 2012 blutig niedergeschlagen. Kinder werden in Bahrein in Gefängnissen misshandelt und gefoltert, sagte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International auf einer Pressekonferenz Ende 2013. Gruppen von Kindern würden unter dem Verdacht an regierungskritischen Protesten beteiligt gewesen zu sein, gefangen genommen und inhaftiert. Einige Kinder seien bei ihrer Inhaftierung erst 13 Jahre alt gewesen. Ihnen seien die Augen verbunden und sie seien mit Schlägen traktiert worden. Diese Zustände dokumentierte Amnesty nachweislich für den Zeitraum ab 2011. Es sei zu Vergewaltigungen gekommen, um Beständnisse zu erzwingen. Im Jahr 2009 wurde ein fortschrittliches Familiengesetz zur Beschlussfassung im Parlament eingebracht, das die Stärkung der Rechte und die Selbstständigkeit der Frau zum Ziel hat. Heftige Proteste der WFAK-Partei führten jedoch dazu, dass dieses Gesetz nur auf Frauen sunnitischen Glaubens angewendet wird. Frauen schiitischen Glaubens unterliegen nach wie vor der schiitischen Rechtsprechung. Außenpolitik Bahrein ist Mitglied der Vereinten Nationen, der Arabischen Liga, der OAPEC und des Golfkooperationsrates. Verwaltungsgliederung Bahrein ist seit September 2014 in vier Guvernemats eingeteilt. Davor war Bahrein in fünf Guvernemats sowie vor dem 3. Juli 2002 in zwölf Gemeindedistrikte unterteilt. Hauptstadt Guvernemat Guvernemat-Moharak Nördliches Guvernemat Südliches Guvernemat Wirtschaft Die gewerbliche bahreinische Wirtschaft wird von Öl- und Aluminium exportierenden Industriezweigen dominiert. Zurzeit werden zwei Drittel des Bruttosozialprodukts im Dienstleistungsbereich erwirtschaftet. Während Öl und Gas nur noch mit 12% am BIP beteiligt sind, aber 77% der gesamten Regierungseinnahmen und damit des Budgets erwirtschaften. Die starke Abhängigkeit vom Erdöl versucht Bahrein durch weitere Umstrukturierung der Wirtschaft und Diversifikation der Industrie zu vermindern. Das Bruttoinlandsprodukt ist 2006 um 7% gewachsen. Die Landwirtschaft machte einen Anteil von 0,7% am BIP aus die Industrie 41% und die Dienstleistungen 58,5%. Beschäftigt waren 2001 1% der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft, 55% in der Industrie und 45% im Dienstleistungssektor. Die Inflation lag 2006 im Durchschnitt bei 2,8%, die Auslandsverschuldung bei 7 Milliarden US-Dollar. Auf den wenigen landwirtschaftlich genutzten Flächen werden Datteln und Gemüse angebaut. In der Viehzucht werden Rinder, Ziegen und Schafe gehalten. Aufgrund der Überfischung im Persischen Golf verliert die Fischereiwirtschaft, die mit traditionellen Daus betrieben wird, an Bedeutung. Die intensiv genutzten Erdöl- und Erdgasvorkommen werden voraussichtlich im Jahre 2016 erschöpft sein. Seit 2008 wird neues Öl gesucht. Bahrein besitzt seit 1971 Aluminiumfabriken. Daneben entwickelt sich der Schiffbau zu einer bedeutenden Branche. Drittwichtigster Industrie zweites Landes ist die Textilindustrie. Die Fertigung wird überwiegend in die USA exportiert. An Bedeutung gewinnt die Aluminium-Recycling-Industrie. Aufgrund der bald erschöpften Ölreserven hat das Land sich ein zweites Standbein durch einen Offshore-Bankensektor geschaffen. Bahrein ist heute eines der wichtigsten Finanzdienstleistungszentren des Nahen Ostens. Auch der innerarabische Tourismus mit 7 Millionen Besuchern 2006 wird, vor allem wegen des gelockerten Alkoholausschons und der Nähe, zu Saudi-Arabien ein immer wichtigerer Faktor. Bahrein besitzt wenige natürliche Badestrände, die zudem sehr abgelegen oder in privater Hand sind. Einige Hotels haben sich jedoch schöne Strände angelegt. An der abgelegenen Südostspitze der Insel wird seit 2007 DK Sekunden private Urbanisationsprojekte Radalba-Rhein mit 13 künstlichen Inseln, in den gleichen Formen Innen-, Fische- und Außenkreise- und einer Marina für Großboote und Yachten entwickelt. Hier gibt es für insgesamt geplant 7,3 Milliarden US-Dollar Investitionssumme angelegte private Strandabschnitte, Hotels, Villen, Apartmenthäuser, Freizeit, Ausbildungs-, Veranstaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten. Die Investitionen bedienen in erster Linie wohlhabende arabische Zweitwohnsitzinhaber und sich dauerhaft ansiedelnde Ruheständler. Verkehr bis 1986 war Bahrein nur mit Schiff und Flugzeug erreichbar. Seitdem besteht der Kingfad Cosway als Straßenverbindung über das Meer nach Saudi-Arabien und wird jährlich von bis zu drei Millionen Fahrzeugen genutzt. Eine weitere Verbindung nach Katar, die Freundschaftsbrücke, ist geplant, dieses Bauwerk wäre dann die längste Seebrücke der Welt. Der einzige Verkehrsflughafen des Kleinstaates ist der internationale Flughafen Bahrein auf der Insel Al-Moharrak. Er ist Sitz der staatlichen Fluggesellschaft Gulfair. Die bisherige Hafenkapazität südlich des Ortes Al-Hit wurde überwiegend für die Verladung von Rohöl benutzt. Da auch in Bahrein dieser Einkommenszweig allmählich zur Neige geht, hat man seit 2005 mit Hochdruck an der Schaffung neuer Hafenkapazitäten gearbeitet. Südöstlich der bestehenden Anlage wurde auf einer aufgeschütteten Halbinsel der neue Hafen-Hitport gebaut und im März 2009 in Betrieb genommen. Er dient mit einer Kapazität von 1,1 Millionen TEU vor allem dem Containerumschlag und folgt damit ähnlichen Ausbauten wie in Dubai, Abu Dhabi und Katar. 2003 importierte Bahrein vor allem Rohöl, Maschinen und Transportausrüstungen aus Saudi-Arabien, den USA, Frankreich, Deutschland und aus dem Vereinigten Königreich. Es exportierte vor allem Erdöl und Erdölprodukte nach Saudi-Arabien, in die USA, nach Taiwan, nach Indien, Japan und Südkorea. Staatshaushalt Der Staatshaushalt umfasste 2009 Ausgaben von umgerechnet 5,86 Milliarden US-Dollar, dem standen Einnahmen von umgerechnet 5,81 Milliarden US-Dollar gegenüber. Daraus ergibt sich ein Haushaltsdefizit in Höhe von 0,26 Prozent des BIP. Die Staatsverschuldung betrug 2009 5,83 Milliarden US-Dollar oder 30,1 Prozent des BIP. Aufgrund seiner Wirtschaftslage erhebt der Staat mit Ausnahme bei Ölgesellschaften keine Einkommenssteuer und Mehrwertsteuer, womit das Land zu den sogenannten Steueroasen gehört. Jedoch werden in der gehobenen Gastronomie und auch der Hotellerie Verbrauchsteuern von bis zu 20 Prozent erhoben. Soziales Seit 1976 gibt es ein umfassendes Sozialversicherungssystem, die medizinische Versorgung ist kostenlos. Im Jahre 2009 betrugen die Ausgaben für das Gesundheitswesen 10,4 Prozent der Staatsausgaben. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Koranschulen die einzigen Bildungsstätten auf der Insel. Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich in Bahrain das öffentliche Bildungswesen unter westlichem Einfluss. 1919 wurde die Al-Hidaya Al-Khalifiyah School für Jungen in Al-Moharak eröffnet. Seit 1926 gab es eine zweite öffentliche Schule für Jungen in Manama. Die erste Mädchenschule wurde 1928 in Moharak eingerichtet. Der Zugang zum Schulsystem ist heute kostenfrei. Es gibt keine Schulpflicht, jedoch werden die Angebote einer zwölfjährigen Schulbildung weitestgehend genutzt. Staatliche Einrichtungen der höheren Bildung sind die University of Bahrain und das King Abdulaziz University College of Health Sciences. Darüber hinaus gibt es zahlreiche private Trainingsinstitute und Universitäten, die zum Teil als Niederlassung ausländischer Einrichtungen geführt werden. Durch zahlreiche staatliche Initiativen wurde das Bildungswesen modern und zeitgemäß entwickelt. Die Arbeitslosenquote konnte von 16 Prozent im Jahre 2006 auf 3,6 Prozent im Februar 2011 gesenkt werden. Im ersten Quartal 2011 waren 141.261 Bahrainer in Beschäftigungsverhältnissen angestellt. Das Durchschnittseinkommen der Bahrainer beträgt 449 BD, das aller Angestellten in Bahrain 330 BD. Militär Die Streitkräfte Bahrains bilden die Landesverteidigung. Das etwa 9.000 Soldaten starke Militär setzt sich aus dem Herd, den Luftstreitkräften, der Marine, den Luftverteidigungsverbänden und der Königlichen Garde zusammen. Die Verteidigungsausgaben Bahrains betrugen 2004 618 Millionen US-Dollar. In der Armee arbeiten auch Ausländer. Sehenswürdigkeiten Bahrain ist die Insel der größten prähistorischen Grabstätten der Welt. Tausende Hügelgräber erstrecken sich auf 30 Quadratkilometer entlang der Straßen zwischen den einzelnen Vierteln. Die Anzahl wird auf 170.000 geschätzt. Die in aller ALI gefundenen Totengrüfte werden als Königsgräber bezeichnet. Beeindruckend ist ihre Größe, teils 40 Meter im Durchmesser und 24 Meter hoch. Die Altstadthäuser Moharraks gehören zu den Ältesten des Landes. Das Haus des Perlenhändlers Beit Asiyadi, das ehemalige Herrscherhaus Beit Isar bin Ali. Das Al-Jasra-Haus zeigt recht authentisch ein Bild der Räumlichkeiten und wie früher ein schlichtes Zuhause aussah. Das Aradfort wurde Ende des 15. J.D. Erbaut und in der Dauwerft kann man den Bootsbauern über die Schulter schauen. Khaled Al-Bahrain ist seit den 1950er Jahren die bedeutendste Ausgrabungsstätte. Hier wurden Tempel freigelegt, die vermutlich aus der Dömon-Zeit, dem 2. Jahrtausend v. CHR, stammen. Der Barber-Tempel, der Dirats-Tempel und der S.A.L.-Tempel liegen am nördlichen Ende der Insel. Etliche Süßwasserquellen befinden sich im Norden Bahrains. Seit 1976 versucht man im Reservat Al-Aren fast ausgestorbene Tiere und Pflanzen zu erhalten. Auch ein kleiner Zoo ist zu besuchen. Außerdem gibt es Busrundfahrten zu verschiedenen Gehegen. Der Baum des Lebens Chacharat Al-Hayr im Süden des Landes ist ein riesiger Masqueride-Baum, von dem niemand weiß, woher er sein Wasser bezieht. In Yanabiyya ist eine riesige Kamelfarm, die nur von westlichen Touristen besucht werden darf. Die Formel-1-Strecke in Sakhir lässt sich an einigen Wochentagen besichtigen. Besucher aus den Nachbarländern und auch die Einheimischen besuchen gerne die Einkaufszentren in Sif. Im Süden in der Nähe der Formel-1-Strecke gibt es einen kleinen, aber schönen Zoo, den All-Aren-Wildpark. In der Nähe des Wildparks befindet sich ein großer Wasserpark, das Lost Paradise of Dillmun. Überall in Bahrain gibt es kleinere Parks, in Budaya einen kleinen botanischen Garten. Sehenswürdigkeiten in Manama-Manama ist eine Stadt der Gegensätze, mit zwei Gesichtern. Auf der einen Seite zeigen in der Diplom-Ethik-Area und in Sif-Glas-Dürme, Hochhäuser. Bankentempel und Geschäfts treiben die Hauptstadt eines Finanzzentrums. Aber direkt nebenan findet sich das traditionsreiche orientalische Leben in Vierteln mit Windtürmen und reich verzierten Holzbalken an den Häusern. Den besten Zutritt in dieses Reich hat man durch das Bahrain-Tor. Wer es durchschreitet, befindet sich direkt inmitten des Suchs. Neben duftenden Gewürzen, bunten Stoffen und Naturheilmitteln zieht sich quer durch den SUQ die Goldstraße mit ihren glanzvollen Auslagen. Früher lag der SUQ direkt an der Küste, doch durch die Gewinnung von Land rückten Häuser und Plätze immer mehr vom Wasserweg. Um den SUQ herum findet man einige schöne Kaufmannshäuser, deren Verzierungen den einstigen Reichtum seiner Besitzer zeigen und die die Jahre überlebt haben. Im SUQ ist auch ein großer Hindu-Tempel beheimatet. Manama ist die Hauptstadt der arabischen Kultur 2012. Eines der größten Museen der Golfregion ist das Nationalmuseum im Norden Manamans. Neben der Kultur und Geschichte kann der Besucher hautnah das Leben der Bahreiner in einem eigens angelegten Dorf mit Moschee und Basargasse nachvollziehen. Dieses Museum ist das einzig bedeutende Museum in Bahrain. Als Museum für Tradition gibt es seit 1948 die Kasekunden Heritage Center, ein Gebäude aus dem Jahre 1937, das einst den Staatsgerichtshof beherbergte. Das Haus des Koran, Beit Al-Koran, ist ein Koran-Museum. Auch ungewöhnliche Exemplare des Werkes, wie das kleinste, das älteste oder der erste in Deutschland gedruckte Koran, werden dort präsentiert. Ein paar Straßen weiter befindet sich das Münzmuseum mit 250 Münzen aus Gold, Silber und Bronze. Täglich außer Freitag von 9 bis 16 Uhr öffnet die sunnitische Al-Fatih-Moschee auch für Nicht-Muslime ihre Pforten. Es werden Touren, auch auf Deutsch, angeboten. 2.900 Quadratmeter italienischer Marmor wurden verlegt. Die Minarette sind 70 Meter hoch, die Moschee bietet Platz für 2.000 Menschen im inneren Bereich sowie 5.000 weitere Plätze im äußeren Bereich. Als Beispiel früherer Architektur zeigt sich die Al-Karmes-Moschee aus dem 8. Jahrhundert. In Bahrain befinden sich viele Einkaufszentren. Die beliebtesten und größten sind das Bahrain-City-Center Al-Ali-Mal und die Sef-Mal, alle in einer Straße in Sef. Diese Mals sind wie alle Mals von westlichen Marken geprägt, haben aber auch arabische Artikel wie Z. B. Abaya oder Jalabaya. Die Mudder-Mal im Bahrain World Trade Center ist mehr für exklusive Marken. Die Mudder-Mal im Bahrain World Trade Center ist mehr für exklusive Marken. Die Mudder-Mal im Bahrain Wärme 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 Wär